hallo und willkommen zu einem weiteren star trek special hier beim klemmonkel nämlich zum teil 4 bluepricks pro es gibt weitere sets und ich habe mich direkt entschieden für den shuttle typ 6 da freue ich mich schon die ganze zeit drauf es gibt zwar auch noch das tos shuttle im angebot das habe ich jetzt erstmal nicht hier wenn ihr es gerne sehen möchtet haut es in die kommentare dann schauen wir mal dieses shuttle stammt aus der tng era beziehungsweise der era die danach kam tos ist da jetzt nicht präsent dabei die es nein voyager das ist so mehr die ecke als dieses shuttle unterwegs war 2360er 2370er und die zeit danach gab es sicherlich auch noch dieses modell da sehen wir auch noch mal den john und hier oben den vermerkten next generation setnummer ist die 104 182 mit 548 teilen jetzt denkt ihr vielleicht wenn ich euch sage das kostet 39 euro 95 moment wieso ist das jetzt bei der teile anzahl teurer als die 1701 a und im verhältnis auch teurer als der bohcube in medium ich kann es mir auch nicht erklären ich vermute aber mal ganz stark es liegt einfach daran dass wir hier ein paar mehr prints haben ihr seht es ja schon und ich finde auch schön dass hier details beachtet wurden es handelt sich tatsächlich um ein shuttle der enterprise erstens mal hier an der erkennung zu sehen zweitens am namen zu sehen goddard dieses shuttle gab es wirklich an bord der enterprise und drittens hier sogar numero 15 es gibt mehrere shuttles an bord die sind natürlich durchnummeriert dass man die unterscheiden kann und die goddard besaß tatsächlich die numero 15 vor der goddard besaß die magelan die numero 15 die wurde irgendwann zerstört und wurde dann durch die goddard ersetzt irgendwann ging dann die goddard allerdings weiter an captain scott auch bekannt als gotti in der folge besuch von der alten enterprise reiste dieser wiederum in die zukunft in die tng-era rein und der john hat dem scotty dann die goddard übergeben überlassen und der ist damit von dannen gezogen was kann man jetzt über so ein shuttle überhaupt erzählen vielleicht ein paar randdaten ich will euch jetzt hier auch nicht mit technobabbel langweilen wir haben einen impulsantrieb der befindet sich hier oben und wir haben warp gondeln das heißt man kann auch warp damit fliegen allerdings handelt sich bei dieser art von shuttle um ein kurz und mittelstrecken shuttle das bedeutet es ist ausgelegt nicht auf extrem lange strecken man kann für 48 stunden da beruhigt mit warp 1,2 fliegen man sollte dem shuttle aber dann auch sicherlich irgendwann mal eine pause gönnen man kann es auch modifizieren dann fliegt auch schon mal mit warp 2 allerdings nur für 36 stunden oder wenn im notfall wirklich mal eine schnellere geschwindigkeit benötigt wird kann man es mal kurzzeitig auf warp 4 hochfeuern aber das sollte man dann nicht übermäßig lange tun sonst wird es schwierig mit der strukturellen integrität und das ding bricht euch unterm hindern weg ja wenn man verfolgt wird oder angegriffen wird das ist halt auch noch so ein thema so ein shuttle hat nicht wirklich großartig verteidigungssysteme wir haben standard schilde die sicherlich auch nicht die leistung bringen wie von einer galaxy klasse wir haben grundsätzlich keine photon torpedos oder phaser installiert die kann man allerdings im nachhinein montieren für spezielle einsätze dann bekommt der shuttle halt zwei bis drei phaser emitter beispielsweise und dann ist es halt auch mit waffen ausgestattet aber grundsätzlich ist das nicht vorgesehen wir haben hier vorne im vorderen bereich die sitzplätze für den piloten und co-piloten mit rund konsole ich bin schon gespannt wie das hier umgesetzt wurde und wir haben im hinteren bereich also hier hinten jeweils pro seite eine sitzbank wo noch mal zusätzlich sechs personen platz finden oder dann halt entsprechend im bereich für fracht aufzunehmen solltet ihr damit länger unterwegs sein habt da an bord auch ein replikator damit könnte euch essen replizieren was ich mich allerdings hier an der stelle immer wieder frage wie verhält sich das überhaupt so mit der mensch muss ja irgendwann mal das habe ich nie verstanden bei diesen shutteln wo wo machen die denn ihr geschäft wer das weiß haut sie mir mal in die kommentare schauen wir uns vor dem unboxing doch noch kurz die rückseite des kartons an und da will ich gleich noch mal meckern ich habe nämlich ein fehler entdeckt zum einen auch hier wieder sehr schön dargestellt in groß das shuttle dann hier eine darauf sicht von der seite und eine darauf sicht von oben plus die info wir haben einen kleinen standfuß mit bedruckter plakette dabei so jetzt wollte ich an der stelle eigentlich noch kurz die maße solch eines shuttles durchgeben für euch einfach mal so als fun fact info das ist mir was aufgefallen blubricks setzt ja ganz gerne die längenmaße auf die plaketten warum auch immer ich verstehe es immer noch nicht eigentlich würde sich sowas eher anbieten typ 6 shuttle oder von mir aus aus shuttlecraft dann weiß ich wenigstens was das ist was dabei steht war bei der 1701 t ähnlich da hätte ich auch galaxy klasse mir gewünscht statt einer länge da kann ich nicht viel mit anfangen für euch aber als fun fact wie ist denn jetzt die länge bei so einem shuttle hier steht sieben meter blubricks warum wie kommt ihr auf sieben meter wie wer hat euch die info gegeben im netz finden sich da diverse infos zu es gibt technical manuals wo man das nachlesen kann aber sieben meter lang ist so ein shuttle nicht wenn dann schon sechs meter es ist ein unterschied ob sechs meter oder sieben meter sind das genauso ich wäre jetzt statt meinetwegen zwei meter drei meter groß dann passe ich durch keine tür mehr durch dann stoße ich mir ständig den kopf ja und so ähnlich verhält sich jetzt im übertragenen sinne betrachtet dann auch bei der länge von einem shuttle wenn ich das in eine garage stellen will gut garage für shuttle ist schwierig ja aber wenn es ein meter länger es passt schon vielleicht nicht mehr rein gut das vielleicht nur mal so als meckerei am rande 4,4 meter in der breite 2,7 meter in der höhe und ein gesamtgewicht von 3,38 tonnen das ist auch schon einiges und wer jetzt wissen möchte wo stammt jetzt überhaupt der name goddard her die sternflotte nennt ihre shuttles ganz gerne nach berühmten dingen seien es flüsse seien es städte seien es namen beispielsweise ganges mississippi oder berlin munich und in dem fall goddard leitet sich in dem fall vermutlich vom amerikanischen wissenschaftler und raketen pionier robert h goddard daher auch hier verhält sich beim lieferumfang wieder so wie bei den bisherig vorgestellten medium sets ihr bekommt alles in einem schönen innen karton der etwas dickere rände hat somit ist der inhalt auch etwas geschützter der lieferumfang umfasst zwei gussformen in weiß eine weise plate in der größe 6 x 14 dann hier wieder in einem separaten tütchen die große fliese für den display stand fuß die schauen wir uns dann später noch genauer an bauabschnitt 1 mit sieben beuteln bauabschnitt 2 mit fünf beuteln ihr könnt auch immer nachvollziehen wo jetzt die beutel hingehören die sind durchnummeriert das ist auch gut lesbar hier bauabschnitt 1 beutel 3 plus die set nummer und ihr bekommt noch eine schöne bedruckte farbige anleitung mit einem schönen dicken front cover einem schönen dicken back cover und auch die restlichen seiten fühlen sich ordentlich an 34 seiten insgesamt wir haben auf den letzten beiden seiten ein teilregister da könnt ihr jederzeit nachschlagen wenn euch was unklar ist und auch die bauschritte selbst sind hier gut nachvollziehbar dinge die getan sind sind etwas ausgegraut somit kann man immer ganz gut sehen was man denn bauen soll ich weiß ich wiederhole mich jetzt hier bei jedem einzelnen star trek review ich muss aber davon ausgehen nicht jeder schaut jedes review an deswegen sei es noch mal angesprochen und ich finde es halt auch einfach cool weil blubricks macht das bei seinen specials soweit ich mich erinnere nicht ihr bekommt bei jeder größeren plate dazu geschrieben wie viele noppen ihr verbauen sollt also oben sehen wir zum beispiel die 6 x 14 die ich euch auch zu beginn gezeigt habe in weiß oder unten wo mein daumen ist ist eine 2 x 14 in weiß und zusätzlich auch bei den fliesen oben rechts im bild sehen wir eine 2 x 4 fliese das ist besonders nützlich bei den fliesen weil gerade bei den dreier und vierer längen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen insofern wurde hier auch an der stelle mit gedacht deswegen sei es auch einfach noch mal erwähnt dann habe ich für euch noch was vorbereitet und zwar im bauabschnitt 1 befinden sich diverse prints und die habe ich jetzt einfach mal hier allesamt auf eine alte blade montiert damit ihr die mal anschauen könnt die sind wirklich wieder sehr gut in der qualität und obwohl die in diversen hüten herum geflogen sind wo ich schon so ein bisschen das gefühl hatte oje die sind bestimmt verkratzt die sehen doch verhältnismäßig gut aus ich zeige euch die mal unterm licht oben das 1701 d dann gehen wir mal unten übrigens da haben wir sogar zwei corner fliesen mit dem sternen flotten emblem und dann hier nochmal die dreier fliesen und da oben die einmal 8 da müssten das sein mit dem enterprise schriftzug und dem schriftzug hier shuttlecraft 15 der auch trotz der sehr kleinen größe noch wunderbar zu lesen ist also hier auch wieder super dann habe ich noch vorne etwas an der front des shuttles vorbereitet da haben wir einen weiteren aufdruck auch hier sieht das lob sehr ordentlich aus und das ganze dann noch mal von der anderen seite ich habe das halt schon mal gebaut aber noch nicht montiert das mache ich gleich noch so kann ich es euch einfach besser zeigen also hier sieht man auch dass die prints sehr ordentlich sind und auch die teile sehen sehr ordentlich aus und etwas worüber ich mich besonders gefreut habe schaut mal das hätte ich mir als kind schon gewünscht als ich meine eigenen kreationen von star trek raumschiffen gebaut habe damals habe ich mir das ganze auf die nach vier papier ausgedruckten habe es halt auf die einzelnen slopes mit tesafilm aufgeklebt hier haben wir ein vollwertiges lk system mit drei verschiedenen slope teilen und das sieht auch wirklich sehr schön aus und entspricht auch optisch wirklich lk von vorne dann noch mal das ist übrigens jetzt die spitze des shuttles vorne auch noch mal ncc 1 701 d verteilt über zwei einmal zweier slopes und hier oben haben wir dann noch mal ja trends clear teile sind es nicht direkt sie sind mehr so mit einem ja etwas rauchigen farbton gehalten einem trends rauch nennen wir es mal so oder einem smoky trends keine ahnung wie man es nennt auf alle fälle es ist nicht direkt trends clear und ja ihr seht es vielleicht auch da könnte die qualität ein bisschen besser sein ebenfalls hier oben die schwarzen zweimal zweier slopes ja da lässt die qualität doch so ein bisschen zu wünschen übrig da hätte ich mir auch eine etwas bessere qualität gewünscht ansonsten habe ich jetzt zumindest schon mal hier das grundgerüst so ein bisschen vorbereitet ich hätte jetzt auch schon hier die teile theoretisch anbauen müssen ich habe es mal gelassen so konnte ich euch die ein bisschen besser zeigen es wirkt auf alle fälle robust wir sehen hier hinten auch schon mal vorbereitet die sitzbänke wo dann später die passagiere sitzen können inwieweit da jetzt der replicator auch verbaut wird weiß ich nicht aber man kann schon deutlich jetzt hier das shuttle erkennen schauen wir mal wie es an der stelle weitergeht bauabschnitt 1 ist fertiggestellt bauzeit bis hierher ungefähr anderthalb stunden ich habe jetzt nicht die zeit gemessen sagt mir so mein inneres bauchgefühl ein paar teile sind übrig keine fehlteile keine fehlgüsse wir sehen hier auch noch mal das tool für die bügelperlen es kommen bügelperlen zum einsatz zwei sind übrig zwei sind jetzt hier im bauabschnitt 1 vorhanden also bisher ganz dezent ich weiß nicht wie es im zweiten bauabschnitt aussieht wir werden sehen da steht der john da steht der bill übrigens frisch rasiert die kommen auch gleich noch zum einsatz die stehen da aus einem grund bei den scheiben hatte ich etwas bammel ich habe gesehen die sind in einem beutel rumgeflogen mit diversen anderen teilen jetzt kenne ich das von den bluepricks specials so dass ich da meist pech mit den scheiben habe da findet ihr demnächst auch noch ein review hier auf dem kanal da stelle ich euch ein set vor da sprechen wir auch noch mal zu dem thema über ein paar dinge und hier ist es so obwohl die mit diversen anderen teilen in einem beutel waren ich hatte wirklich glück die sehen nicht anders aus als bei sets von irgendwelchen anderen herstellern es gibt hier und da kratzer aber die halten sich in grenzen sind keine tiefen kratzer oder sonstiges zu sehen also da bin ich doch wirklich überrascht auf der einen seite zufrieden auf der anderen das ist okay so natürlich kommen wir später noch zur frontscheibe ich habe gesehen die fliegt auch wieder in der tüte rum mit diversen anderen teilen da kommt natürlich schon wieder so ein bisschen mulmiges gefühl ins spiel wir werden sehen jetzt hat ja diese shuttle diverse schrägen teilweise werden die ausgearbeitet mit hilfe von slopes in verschiedenen formen hier hinten ist es wiederum so ihr baut die seitenplatte separat mit den fliesenteilen und auch hier den prints und setzt die dann über diese kipp lager hier ein in der anleitung ist es jetzt so angezeigt ihr sollt erst diese platten bauen dann mit den kipp lagern verbinden und dann das ganze erst hier auf den slopes über vier noppen montieren da gebe ich euch den tipp bringt erst die kipp lager auf den slopes an und dann klemmt erst hier diese seitenplatte ein funktioniert besser es geht zwar anders auch aber von der reinen technik her würde ich euch eher zu dieser technik raten dann haben wir hinten unsere einstiegsluke und die ist wirklich auch super gut gelungen die sieht aus wie in der serie ebenso hier der impulsantrieb das passt optisch auch wunderbar ich muss auch sagen ich bin erstaunt was die einstiegsluke betrifft ich zeige euch mal was da habe ich nicht mit gerechnet ich dachte okay wenn du die jetzt nimmst und ein bisschen öffnest schlägt sie dir runter aber nein die hat eine wirklich hervorragende klemmkraft die hat richtig schön gegendruck da kann nichts einfach runter krachen ich glaube tatsächlich auch dass dieses set wunderbar geeignet ist um damit zu spielen weil und jetzt kommen wir mal kurz auf den schon und den will zu sprechen man kann die minifiguren auch hier hinten wunderbar auf die sitzplätze setzen die halten auch die fallen nicht raus da passt sogar noch eine zweite figur daneben und jetzt machen wir noch mal einen zweiten test jetzt nehme ich mal den will so haben ein bisschen raus und jetzt versuche ich den mal hier vorne reinzusetzen das ist jetzt ein live test das habe ich tatsächlich noch nicht probiert aber ich glaube das könnte auch ganz gut funktionieren da sitzt er das funktioniert also wir könnten jetzt hier theoretisch wirklich mit spielen ich weiß nicht wie es ist wenn dann hier vorne das teil noch verbaut wird ob man dann noch ans cockpit rankommt aber im aktuellen status es ist durchaus bespielbar man kann sogar da vorne zwei figuren reinsetzen da ist genug platz vorhanden bevor wir uns gleich noch mal über das fertige shuttle unterhalten möchte ich euch ganz kurz noch die warp gondeln zeigen beziehungsweise die antriebseinheit und einerseits muss ich sagen rein optisch rein optisch auch im vergleich zu dem original aus der serie gefallen die mir sehr gut ja gerade die form hier vorne und so das passt wunderbar zum typ 6 shuttle es gibt zwei dinge die mich allerdings ein bisschen stören zum einen der braune bereich ich weiß nicht warum das so ein komisches braun ist das wäre besser gewesen man hätte sich hier für so ein ja was weiß ich so ein noch eher orange braun entschieden oder vielleicht so ein orange gelb aber dieses braun ich finde das passt nicht so ganz rein in die optik die zweite sache die umsetzung dieses trans blue bereichs hier finde ich super gelöst wir haben da unten ein einmal zweier blade wir haben oben ein einmal zweier blade wir haben hier in der mitte auch ein einmal zweier blade der verläuft dann allerdings in einen kleinen stab der geht bis nach hinten durch hat dann an der stelle auch noch mal eine noppen aufnahme und wird von unten und von oben jeweils befestigt hier hätte ich es aber tatsächlich bevorzugt dass man hier oben nochmal eine einmal zweier blade gesetzt hätte und diese verlängerte hier vielleicht zweifach gesetzt ja dass man die zweimal übereinander hat weil ich glaube dass das optisch noch ein bisschen schöner zur geltung gekommen wäre aber ansonsten bin ich der meinung dass dieser antrieb großartig aussieht und jetzt schauen wir uns nochmal das fertige shuttle an shuttlecraft 15 da steht sie nun bauzeit circa zwei zweieinhalb stunden ich kann es euch gar nicht genau sagen wichtig ist für mich dass es spaß macht und was soll ich sagen es war großartig es hat wirklich spaß gemacht neben der enterprise d war das bisher für mich das beste star trek set von blubricks ohne wenn und aber auch wenn es hin und wieder mal etwas zu kritisieren gab gibt wie auch immer ich habe eben was zu den warp gondeln gesagt ich habe was zu den scheiben gesagt ich werde auch gleich noch zwei dinge erwähnen die mir auch nicht so ganz gefallen aber im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden und auch begeistert von dem set bevor ich auf die kritikpunkte zu sprechen komme sprechen wir erstmal über die teile qualität da kann ich wirklich sagen die fliesen sehen ordentlich aus die slope sehen ordentlich aus es gibt bei den slopes und den fliesen hin und wieder das problem dass die mal matt mal glänzend sind gerade bei den slopes äußert sich halt auch ganz gerne in der tatsache dass die von glänzend in matt in glänzend gehen das kommt hin und wieder vor man sieht es unterm licht manchmal etwas mehr etwas weniger und das sind aber so dinge da kann ich bei dem preis tatsächlich auch mit leben bei den fliesen haben wir das problem schon bei den anderen sets gehabt hier auch wieder an manchen stellen hat man so kleine nutzies die sehen ein bisschen aus als wenn es punkte wären ich weiß nicht ob es punkte sind auf alle fälle unterm licht sieht man sie mal mehr weil weniger da muss man sich im klaren drüber sein wir haben hier kein kobe oder kein markenhersteller wir haben hier halt xingbau da muss man einfach abstriche machen das ist nun mal so ansonsten bin ich von den teilen von der qualität wirklich überzeugt die klemmkraft super wirklich also da bin ich sehr überrascht das ist kein bohr cube wo ständig irgendwas auseinander fällt es ist auch keine enterprise a wo man aufpassen muss dass nicht eine warp gondel abfällt oder irgendwas anderes passiert es ist wirklich ein sehr stabiles set ich muss es euch diesmal auch nicht aus der seitlichen lage zeigen weil es einfach gerade steht das ist quatsch es gibt einen kritikpunkt was die klemmkraft betrifft den hatten wir auch schon beim bohr cube und bei der enterprise a sind die teile hier oben zwei stück an der zahlen mehr gibt es da nicht ja ihr seht klack da liegt schon drauf das liegt mehr drauf als dass es festgeklemmt ist ich habe da auch schon teile vom markenhersteller getestet da ist es auch nicht besser mit entweder ist hier irgendwie generell ein problem oder es liegt halt hier unten einfach daran weil dieses teil sich hier auf diesen einen noppen setzt und halt da um gänzlich so ein bisschen frei umher rutscht umher schwebt wie auch immer ich kann es euch nicht sagen auf alle fälle das ist so ein bisschen ein problem punkt aber ansonsten wenn ihr da jetzt nicht irgendwie das schiff auf den kopf stellt oder so passiert da auch nichts rein optisch betrachtet gefällt mir sowieso das heck sehr gut man sieht wunderbar den impulsantrieb hier mit den trends blutteilen man sieht aber auch von der vorderansicht aus hier nochmal den einlass vom impulsantrieb also das ist auch optisch umgesetzt und das ist halt wirklich eine schöne sache da erkennt man wunderbar die optik des shuttles dran was mir auch sehr gut gefällt das ist halt hier hinten grundsätzlich diese luke die sich öffnet und auch wirklich in jeder position ihr seht ich gehe mit den fingern von oben rauf wenn die jetzt irgendwie keine klemmkraft hätte würde sie irgendwann unten sein also ich muss hier schon drücken dass die auf und zu geht da haben wir wirklich eine sehr ordentliche klemmkraft bespielbarkeit da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen und da muss ich wirklich sagen teils teils wenn ihr kinder habt die vorsichtig sind die auch mit so einem set gut umgehen können und auch damit klarkommen dass man hier oben bisschen aufpassen muss beim abnehmen und beim wieder draufsetzen kann man durchaus mitspielen aber in erster linie ist das in meinen augen eher ein set für die vitrine auf alle fälle minifiguren tauglich ist es ihr habt es gesehen zum abschluss möchte ich noch ganz gerne mit euch kurz über die große bedruckte fliese sprechen und über die frontscheibe beginnen wir einfach mal bei der großen bedruckten fliese ich habe die noch mal demontiert dann kann ich es euch nämlich besser zeigen gucken wir uns die mal aus der nähe an und ich weiß nicht inwieweit man das jetzt hier erkennen kann an manchen stellen ist es dezent verkratzt an manchen stellen sieht sie aber auch ordentlich aus hier oben im star schriftzug wissen etwas sichtbarer kratzer ich glaube aber tatsächlich ich bekomme den eher schlecht mit der kamera eingefangen es ist jetzt aber schon wieder so ein bisschen auch erbsenzählerei wer guckt da so genau hin also im großen und ganzen wenn ich da jetzt davor stehe gerade ein stück weiter weg sehe ich die kratzer nicht weil sie im mikrobereich sind und selbst der da oben der ist nicht so schlimm sichtbar dass man ihn jetzt direkt entdeckt wenn man nicht genau hinschaut der druck selbst ist ordentlich und auch hier ist die klemmkraft entsprechend ordentlich dass ich das hier wunderbar anbringen kann und das hält auch wie es halten soll die frontscheibe hatte ich euch gesagt da mache ich mir ein bisschen sorgen was kratzer anbelangt weil die auch wieder bei diversen teilen rum fliegt und ich hatte leider recht hier ist es ein bisschen anders als bei den seitlichen scheiben weil die frontscheibe hatten kratzer der führt hier so ein bisschen quer über die scheibe ich kann euch jetzt nicht genau sagen wo da müsste ich jetzt erst wieder selber genau suchen ich weiß er ist da wenn ich jetzt nicht weiß und nicht darauf achte bemerke ich es vielleicht nicht gerade deswegen weil sich es auch um diese smoky um diese rauchscheiben handelt ja die schon dunkler gehalten sind und wenn ich jetzt hier in den innenbereich gucke fällt es vielleicht gar nicht weiter auf es sei trotzdem angesprochen und erwähnt und ich finde es halt schade dass blubricks grundsätzlich hier nicht diese glasteile in separaten tüten ausliefert oder wie auch immer wäre noch mal eine option ja ansonsten habe ich tatsächlich nichts mehr zu dem z zu berichten zu sagen zu meckern wie auch immer ich habe keine fehlteile ich habe keine fehlgüsse ich habe teil übrig es hat spaß gemacht ihr könnt gerne in die kommentare schreiben was ihr so davon haltet ihr so findet ihr könnt auch gerne in die kommentare schreiben ob ihr noch andere star trek set gerne sehen möchtet hier auf dem kanal oder komplett was anderes sehen möchtet ihr könnt gerne ein däumchen da lassen oder ein abo und ihr könnt auch gerne beim nächsten mal wieder einschalten wenn es heißt wir bauen irgendwas zusammen auf diesem kanal dank fürs zusehen macht's gut bis dann euer klemmonkel